Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja Aber irgendwas machst du doch Nein Denkst du irgendwas? Nichts Besonderes Es könnte ja nicht schaden, wenn du mal etwas spazieren gingest Nein, nein Ich bringe dir deinen Mantel Nein, danke Aber es ist zu kalt ohne Mantel Ich gehe ja nicht spazieren Aber eben wolltest du doch noch Nein, du wolltest, dass ich spazieren gehe Ich? Mir ist es doch völlig egal, ob du spazieren gehst Gut Ich meine nur, es könnte dir nicht schaden, wenn du mal spazieren gehen würdest Nein, schaden könnte es nicht Also was willst du denn nun? Ich möchte hier sitzen Du kannst einen ja wahnsinnig machen Ach Erst willst du spazieren gehen, dann wieder nicht Dann soll ich deinen Mantel holen, dann wieder nicht Was denn nun? Ich möchte hier sitzen Jetzt möchtest du plötzlich da sitzen? Gar nicht plötzlich Ich wollte immer nur hier sitzen Sitzen? Ich möchte hier sitzen und mich entspannen Wenn du dich wirklich entspannen wolltest, würdest du dich dauernd auf mich einreden Ich frag ja nichts mehr Ich frag ja nichts mehr Jetzt hättest du doch mal Zeit, irgendwas zu tun, was dir Spaß macht Ja Liest du was? Im Moment nicht Dann lies doch mal was Nachher, nachher vielleicht Hol dir doch die Illustrierten Ich möchte erst noch etwas hier sitzen Soll ich sie dir holen? Nein, nein, vielen Dank Will der Herr sich auch noch bedienen lassen, was? Ich renne den ganzen Tag hin und her Du könntest wohl einmal aufstehen und dir die Illustrierten holen Ich möchte jetzt nicht lesen Mal möchtest du lesen, mal nicht Ich möchte einfach hier sitzen Du kannst doch tun, was dir Spaß macht Das tue ich ja Dann stell doch nicht dauernd so rum Hermann Bist du taub? Nein, nein Du tust eben nicht, was dir Spaß macht Stattdessen sitzt du da Ich sitze hier, weil es mir Spaß macht Sei doch nicht gleich so aggressiv Ich bin doch nicht aggressiv Warum schreist du mich dann so an? Ich schreie dich nicht an!